Die Schornsteine stehen nicht still. Ich kann nicht sehen, was ich will. Überall ist nur Nebel und Rauch. Die Flammen brennen im Nebelrauch. Was hier geschieht, kann nicht gut sein. Da hilft weder jammern noch schreien. Wir müssen das in den Griff bekommen, sonst wird uns unser Essen nicht bekommen. Die Maschinen stehen niemals still. Erzeugen Tod, Hass, Schrott und Müll. Es gibt so viel Unheil auf dieser Welt. Alles nur für das schnöde Geld. Eingebunden in diese Maschinerie kann sich leider kaum jemand entziehen. Was bleibt, sind nur noch Träume von einer besseren Welt, in der so viel mehr zählen möge als nur das schnöde Geld. Die Schornsteine stehen nicht still. Ich kann nicht sehen, was ich will. Überall ist nur Nebel und Rauch. Die Flammen brennen im Nebelrauch. Was hier geschieht, kann nicht gut sein. Da hilft weder jammern noch schreien. Wir müssen das in den Griff bekommen, sonst wird uns unser Essen nicht bekommen. Wer kann sich noch dagegen stellen, in einer Welt, in der viele, viele Sinne fehlen. Unser Herz sollte uns besser leiten. Wir sollten nicht nur Schmerz bereiten. Doch wir tun es doch und immer fort. Uns fehlt oft der Mut, hier und dort. Abkenn ich von einem kranken System, unter dem wir leider alle schon viel zu lange stehen. Die Schornsteine stehen nicht still. Ich kann nicht sehen, was ich will. Überall ist nur Nebel und Rauch. Die Flammen brennen im Nebelrauch. Was hier geschieht, kann nicht gut sein. Da hilft weder jammern noch schreien. Wir müssen das in den Griff bekommen, sonst wird uns unser Essen nicht bekommen. Wer kann in einer solchen Welt noch glücklich sein? In einer Welt voll Kummer, Schmerz und Leid. Für Gerechtigkeit muss endlich vieles enden. Besser ist, mit Herz und Verstand zu lenken. Dieses Erbe möchte die Gesellschaft nicht mehr tragen. Und eines Tages könnten kommende Generationen fragen. Musste das denn wirklich sein? Wir brauchen Alternativen. Das muss sein. Die Schornsteine stehen nicht still. Ich kann nicht sehen, was ich will. Überall ist nur Nebel und Rauch. Die Flammen brennen im Nebelrauch. Was hier geschieht, kann nicht gut sein. Da hilft weder jammern noch schreien. Wir müssen das in den Griff bekommen, sonst wird uns unser Essen nicht bekommen. Die Schornsteine stehen nicht still. Ich kann nicht sehen, was ich will. Überall ist nur Nebel und Rauch. Die Flammen brennen im Nebelrauch. Was hier geschieht, kann nicht gut sein. Da hilft weder jammern noch schreien. Wir müssen das in den Griff bekommen, sonst wird uns unser Essen nicht bekommen. Wir müssen das in den Griff bekommen.